Auf der Produkte, die von irgendwem anderen, der professionist ist, produziert werden, er selbst aber nur Lohnempfänger ist und der, der der Besitzer dessen ist, was von dem anderen produziert wird, geht her und sagt, qualifiziert, warum, weil er erbt. Ja, gratulieren. Qualifikation ist immer eine Frage des Startpunkts. Offensichtlich. Und wenn man dann hergehen würde und nicht was Neues erfinden, nein, gar nicht einmal richtig groß raus zu sein, sondern hergehen und sagen, dann war ich irgendwann so ein Ding, was es gibt, gleich hoch wie EU-Schnitt besteuern. Diesen Reichtum. Vier Billiarden kommen da herein. Und das war einfacher, glaube ich. Weil du musst ja nicht mit fünf Millionen Menschen auseinandersetzen, sondern nur mit ein paar Hunderttausend. Und die kennen sich eh. Da denkt man sich halt zahlen. Doppelbudget. Man muss aufpassen, dass das, was man gehört hat, Doppelbudget. Dreifachbudget habe ich gehört. Wird vielleicht ein Dreifachbudget. Das ist eine Idee. Ein bisschen offensiv, wie es Rennen geht. Ein Dreifachbudget. Nein, ein Vierfachbudget. Und mit einer Sparerfolgskurve gegen Ende. Der Sparerfolge immer am Ende progressiv, ganz klar. Ein Vierfachbudget. Das liegt außerdem in der nächsten Legislaturperiode. Was gibt es wie ein? Gar nichts mehr. Doppelbudget erscheint mir, Doppelbudget-Sanierung erscheint mir sehr eindeutig und klar verständlich, wenn man sich zum Beispiel Gebietskrankenkassen anschaut, die doch so schlecht beieinander sind. Und dem gegenüberstehen 900 Millionen von Unternehmen, die sich den Kassenleitern nicht zahlen können. Weil sie sonst eng gehen. Aber die haben ja das Geld schon gehabt. Weil die Arbeiter und Angestellten haben es ja schon erarbeitet. Sie haben es nur nicht hergegeben. Okay. Jetzt ist die Kasse schlecht beinahmt. Wir müssen es sanieren. Wie machen wir es? Das zahlt der Steuerzahler. Ja, der hat es ja schon gezahlt. Das scheint mir eine Doppelbudget-Sanierung zu sein. Jetzt habe ich auch den Begriff verstanden. Es ist aber nicht leicht, Finanzminister zu sein. Wie positioniert man sich als Finanzminister? Welcher Sorte gehört es an? Die einen sind irgendwie zu schön, die anderen ein bisschen zu schwach. Das ist nicht so einfach. Und irgendwie wie gesund mitgehört. Wie mit dem eigenen, wie mit dem Fremden, wie mit den von jenen, auf die es gut aufpassen muss. Weil das ist einfach nicht verscherzt, wie sonst darf man nicht mehr mitspielen. In der Sandkiste der Kopfplatz-Generation. Der Finanzminister. Er verdient gut, ja. Aber nicht blended. Im Vergleich zu den Best Rats. Meine Verehrung. So geht es im Parlament stecken. Und die Türen gehen dann auch nicht nach innen auf. Der Druck nicht von außen nach innen, sondern von innen nach außen. Das ist ein halbes Ratsch. Aber irgendwie will man mitspielen, man muss es probieren. Und daher ein Vorschlag. Meine Damen und Herren, ein Lösungsmodell. Eine Idee. Machen wir es ganz anders. Gehen wir weg vom Staat. Machen wir es neu. Machen wir Folgendes. Schauen wir uns den Einzelnen an. Lassen wir den Einzelnen merken, was für Kraft er hat. Merken, was für Hilfe er sein kann. Gehen wir her und machen wir ein Patensystem. Wenn wir 800.000 Arme und Betroffene haben und 800.000 Reiche, dann machen wir ein Patensystem. Gehen wir her und geben jedem Arme ein Reichen als Paten. Der den durchzahlt. Und das macht er. Sicher. Weil es sein eigenes persönliches Verschweichenprojekt ist. Und wer geht schon gerne ins Chef und sagt, wir sind bei Verschweichfrau und alt. Kann er. Weil so werden Sie schauen auf diese Arme, gell. Allerdings muss man es ein bisschen regulieren. Man muss sich stützen, man muss ihnen helfen. Nicht, dass dann am Ende nur die schönen und feschen Arme und die Kinder irgendwas gekriegt haben. Nein, sollte ja jeder Arme an Wappen kriegen. Man muss ein bisschen organisieren. Man muss auch glauben, dass die Ziele auch funktionieren. Dass nicht dann auf einmal ein Arme, der dann plötzlich nicht mehr arm ist, immer noch was gekriegt. Klar. Oder ein Reicher, der zum Beispiel arm wird. Hypothetisch. Aber dann auch ein Partner. Man braucht einfach ein System, das das ein bisschen reguliert. Man muss dann auch ganz klar sagen, da gibt es auch unterschiedliche Interessen, die gehören auch geschützt. Man muss auch hergehen und sagen, dass man Vertretungen brauchen wird, die das sicherstellen. Dass es für alle gleich funktioniert. Und dass es transparent läuft. Man muss einfach Strukturen schaffen. Parteien gründen. Die Demokratie gründen. Die haben wir schon. Eigentlich so, wie wir es haben. Wir haben das. Wir brauchen es nur Mützen. Ach so. Irgendwie dürfte man es aus den Augen verloren haben. Unser Partner-System. In so einem kleinen Land. Dann gehen wir her und machen jetzt einmal die große Aufmerksamkeit. Machen wir einmal einen Strich drunter. Gehen wir her und sagen, wir kennen die Zäune. Machen wir einen Strich drunter. Rechnen wir es vor. Erster Versuch. Wir nehmen die 10% Armen einfach alles weg. Die sind das komisch. Geht sich nicht aus. Da kommt zu wenig zusammen. Da können wir uns nichts leisten. Zweiter Versuch. Nehmen wir den Mittelstand. Und jetzt rechnen wir einen großzügig und fair. 80%. Nehmen wir denen. Sagen wir einmal 20-30% weg. Das funktioniert. Dann können wir es uns leisten. Wir haben zwar in Folge ca. 60% armutsgefährdete und 30% an der Armutsgrenze. Aber wir haben es an der Erde. Dritter Versuch. Nehmen wir die 10% wirklich reichen, gar nicht viel, 5,4% weg. Nicht trage. Tut nicht weg. Sind immer noch reich. Aber wir können alles finanzieren. Unschulden zurückzahlen. Und 100% kommen hoch. Was ist denn Demokratie? Stimmen wir darüber ab? Stimmen wir ab? Überfluss besteuern. Stimmen wir ab? Wer wird dagegen sein? 10%? Nicht einmal. Ich glaube, dass da einige dabei sind, die einverstanden sind. Und andere werden dabei sein, die waren zum Abstimmeln. Ich kann nicht im Plan. Sie haben was anderes zu tun. Finanzplanung ist nicht einfach. Finanzplanung ist im Prinzip die Eingeweideschau der Gesellschaft. Somit natürlich politisch. Und irgendwie inhaltsrelevant. Keine Frage. Dabei ist diese Darmschlinge, so zottelig sie hieß, ebenso zottelig wie ein Herzstück, wenn es flimmert. Die in eine Reinschau, in der Finanz, lasst dann irgendwie den Atem stoppen. Gerade dann, wenn aufgebrochen wird, wird man es dank dem gesellschaftlichen Witzeländer, wohl genäse dieses Land, die Kraft dazu haben. Aber wir müssen nur die, die die Kraft bündeln, in die Pflicht nehmen. Meine Damen und Herren, wie bei einer Impfung? Impfung funktioniert auch nicht, wenn man zwar alle impft, bis auf die, die sich den besseren, neigeren Arzt leisten können. Zwar dann selber nicht krank werden, aber immer noch Überträger sind und alle die anstecken, die sich das nicht leisten können. So funktioniert Impfung nicht. Da muss man mit tun. Vielleicht sollten wir Wert teilen, damit alle wieder was zum Lachen haben. Und nicht nur ein paar, sondern viel lachen. Und viel mitlachen, damit es nicht auffällt. Zeigen wir uns solidarisch. Zeigen wir uns auch als christliche Menschen. Schützen wir die 90-prozentige Minderheit. Indem wir die 10-prozentige Geldmachtmehrheit demokratisch zu ihrem Beitrag einladen. Bestimmt und gesetzeskonform. Zukunftsorientiert und klar. Die genauen Zahlen biegen auf. Und wie du schon gesagt hast, keine Angst. Ich glaube nicht, dass wer dabei ist, im Selbstrecht treffen würde. Das, wenn man es schafft, als Finanzminister. Dann bist du ein Star. Dann bist du ein Star. Ein echter Star. Das will man doch sein. Ein Star. Ein richtiger Star. Einmal ein großer Star sein. Oder, was ist er? Ein Finanzminister. Ein großer Star. Ein kleiner Star. Je nachdem, was er draus macht. Vielleicht ist er einfach nur ein Mini-Star. Ein Finanzminister. Es wäre ein kleineres Jahr. Es wäre ein kleineres Jahr. Danke schön. Applaus